Willkommen zurück zu Let's play Super Mario 3D World yeah zusammen mit dem Swaggill Gallagher und mit das Daniel, äh, die, äh, ne was? Bööööööö, was geht? Ich bin's DER Daniel mit I und I und R. Ja, okay, wir gehen... ja, okay! Wir sind im Weltbauster und gehen in... Welt... ein Zelt. Ach so, ein Zelt. Und was kriegt man da? Das Balken muss sich entscheiden. Stempel. Das Balken hat sich entschieden. Sticker. Es kam saulange. Das Balken muss sich entscheiden. In der Aufnahmesession kam kein Level mit dem Pad. Das stimmt. Mit dem Top-Dings. Ich weiß nicht. Warum nicht? Es gibt, Digga, du weißt. Digga, auch. Wir haben Super Mario X gespielt. Ja. Und da gab es viele Level, wo es zwei Ausgänge gab. Ja, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier auch Level mit zwei Ausgänge gibt. Wahrscheinlich. Glaubst du? Wahrscheinlich, ne? Aber wir machen erstmal die Story weiter. Also wieder Wasser. 5 windende Wassergänge. Oh, nee, Wasser ist größer. Das heißt, ich muss hier... Ich werde die Krone natürlich mehr, auch sonst nicht. Ich bin sehr top. Nein. Oh, nein. Oh, ja. Ich bin so gut. In der Aufnahmesession bin ich noch nie auf dich gesprungen, wenn du in die Dings hattest. Die Krone. Also nie Stampfattacke machst. Okay, ich gebe es zu. In der Aufnahmesession davor habe ich es versucht. Die ganze Zeit. Was ist das für Wasser? Das ist super kühliges Wasser. Das macht Wasser so viel. Ich schaub schon mit. Ja. Ich bin tot. Hä? Ach, da unten ist kein Wasser mehr. Ich habe auch gedacht, was geht hier ab, Alter. Ich bin die ganze Zeit gesprungen. Das klingt irgendwas. Ja, nice. Drückt Minus, wenn ihr irgendwas haben wollt. Zum Beispiel... Die Krone. Hey, jetzt sind wir klein. Das klingt irgendwas. Ich bin klein. Das... Ich wurde erst... Ey, danke. Ja, Teamwork, ne? Und danach wird gelacht, wenn du die meisten Bumpen hast. Also die Zuschauer lachen, weil das alles ganz nette Leute sind hier. Nein! Nein! Nice. Oh, das mit dem Wasser ist echt müde. Nass. Oh, wir blockieren uns. Wir blockieren uns! Wasser? Okay, ich bin klein. Ich will irgendwas. Wenn Fahne kommt, ich... Das sind so... Das sind so Wasser... Ich, ich, ich. Ja, ja. Du. Nein, jetzt. Nein, nein, nein. Guter, guter, guter. Nur 2.000... Oh nein. Oh, oh, nee. Warte, 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 warte. 3D. Hier ist nix. Was ist mit ihr? Sagt sie irgendwas? Willst sie irgendwas? Nee, ne? Drauf. 3D. Okay. Links. Warum? Rechts. Mit zwei springen, ne? Da hoch. Da Hut. Mo. Oh, Münster. Das haben wir gut gemacht. Okay, ne. Wo, geradeaus? Ja, ne? Ja, ne? Das war's schon. Hä? Hey, du Hur und so. Komm her. Er winkt. Die Muschie solltend. Geh mir nicht. So, die Ready ist gerecht. Was? Ich fahre runter. Okay, warte. Hier ist Wasser. Ich fahre runterfahren. Bleib mal ein bisschen links. Okay. 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 Noch mit dem Mietskatten? Und immer noch rein. Nee, ich habe keine. Okay. Ich fahre runterfahren. Vorsichtig, geht runter. Das sind runterfalldinge. Okay. Hier ist Wasserblock. Boah, hat's denn... Oh, der Wasserblock bewegt sich. Okay. Einfach... Hoch. Schon hoch. Wasserblock bewegt sich. Alle checkt das alles. Die Fehl nicht kommt. Ich check mal. Oh, warte, warte. Der andere geht da unten. Geh nicht weiter. Geh nicht weiter. Ich mach was und links. Wenn ich kann, kann ich nicht. Oh, drück doch. Oh, das ist so behindert. So verlieben die Krone. Okay. Auch wie man spawnt. Man spawnt über irgendwas, wo man stirbt. Das ist so behindert. Also mit der Blase. Sie soll noch safe sein. Und links. Was? Oh, warte, warte, warte. Geh nicht drauf, bitte. Geh bitte nicht drauf. Kommt mit, wenn ihr könnt. Noi. Also in dem... Trotzdem. War das da mit der Kaufe oder links rüber? Ich geh direkt von hier aus drauf. Katze, Spike, komm neben die Dings, komm neben die. Neben die Stangen. Ducken. Ihr könnt hochklettern. Und dann springen. Nein, nein, ihr könnt hochklettern. Ja, ja, du druckst dich und dann springst du. Und dann kommst du voll hoch und dann kannst du hochklettern. Ja. Also, Gunst, du hast alle Zeit der Welt. Also, ich soll zuerst? Du hast alle Zeit der Welt. Okay. Ich spring jetzt, ja. Nice. Triple high five. Nice. Das ist schon ein bisschen erregt, du. Ja. Das war okay. 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 Sticker. I am horny. Am Stempel. Horny, horny, horny. Am Stempel. Nein. I am horny. Was? Hä? Warum? Weil ich Sider bin. Oh, scheiß. Die ganze Zeit. Immer wenn ich denke, ich bin Bester. Ich hab gerade meine Hand schon gehoben, Digga. Ja, deswegen, immer wenn ich denke, ich bin Bester, bin ich Letzter oder Zweiter, er muss. Du musst eine Rede halten, Digga. Ich kann nicht halten. Halt eine Rede. Okay. Weiter geht's. Beste Rede ever, habt ihr es gehört? Habt ihr meinen Atem gehört? Okay. Ich will die Rede schweigen. Ich war fast voll an. Lula sauber. Ich will die Rede abspeichern. Und wir gehen jetzt ins Pilzhaus. Pilzhaus. Oh, da muss ich den Zweikel machen. Zweike muss das machen. Was war das letzte? Was war das letzte? Keine Ahnung. Letzte. Oh, Killer. Okay, ich will die Katze bleiben. Das ist die Punkte sehen da. Egal. Außer, die Krone ist weg. Du Wichser. Ich hab's. Du Wichser. Das erste Mal. Halt dein Maul, Alter. Oh, Scheiß. In so einem Scheißlevel eher fickt mein Leben. Nächstes Mal, ohne Scheiß. Deine Theorie war richtig. Welche? Es werden nur die letzten drei Items gespeichert. Ja. Das heißt, nächstes Mal, wenn sowas kommt und ganz viele Items droppen, müssen wir drauf achten, welche wir nehmen. Ja. Weil nicht irgendwie random welche nehmen und wir haben zwischendrin so eine Pflanze, weil die ist eigentlich scheiße. Ja. Wir hätten einen Boomerang haben können. Ja. Da muss man drauf achten. Ja, stimmt. Okay, wir gehen in Levelnummer. Warte, links hat's haben wir schon, oder? Ja. Ja, wenn da eine Fahne ist, dann haben wir das. Nee, ich bin ganz schön. Das haben wir dann. Ja, haben wir dann. Ja, haben wir dann. Ein Licht im Dummchen. Ein Licht im Dummchen. Bosa Sex. Bosa Sex. Nee. Ein Licht im Dummchen. Kann das was? Lol. Ach so. Ach so. Du hast reingesprungen. Ich will auch so Licht. Ach so, ist nur Licht. Man kann nicht irgendwie fliegen. Oh, da geht's runter. Das ist wie dumm, Alter. Aber man kann nicht den Berufs so ausschreiben. Ey, aber ich habe überlebt. Ey, tut mir einen Gefallen. Können wir nicht weitergehen? Ey, wo soll ich mal weitergehen? Es geht nicht weiter. Warte, bis das Ding wieder zurückgeht. Das Ding geht wieder zurück. 100%. Der ist ein Pau. Links ist irgendein Schalter. Warte. Warte. Duitsche Schalter. Das ist meiner. Stempel, hab ihn. Und weiter. Und weiter. Alles gut. Ich bin getroffen worden. Es ist Luigi's Mästchen. Alles gut. Das musst du Luigi machen. Am Start. Geht es hier wieder zurück? Nee, es geht ab. Ja, Spiele. Da ist ein... Spiele jetzt irgendwas Grütiges. Oh Gott. Habt ihr Luigi's Mästchen gespielt? Eins der geilsten Spiele, Ever. Ich habe es hier mal im Ausblieben nie wieder zurückgezogen. Er hat noch so viele Spiele von mir. Alle Gamecube-Spiele, Alter. Da ist so ein Ding. Hol euch die roten Münzen. Da kam nur so ein Dings raus, Alter. Ohne Scheiß. Einfach mal. Ohne Scheiß. Nice. Warte kurz. Sorry. Oh, das war auch noch mal. Oh. Sag mal klein. Keiner. Dann nehme ich sie. Geh halt wieder zurück. Spaß gemacht. Alles gut. Geh halt wieder zurück. Hey, was? Wer? Ich. Geh mal hin. Also weg. Achso. Ja, es sind nur Münzen. Ja, ey, wer? Also gut. Willst du wieder zurückgehen? Charminze. Carmin. Komm mal, komm. Für dich würde ich töten, Carmin. Oh Gott. Okay, nur die Dings bewegt sich. Da rechts war das Ding. Habt ihr es gesehen? Geht das zurück? Nee. Nee, 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 nee. Als ob. Jetzt haben wir noch eine Chance. Als ob. Jetzt kenne mal noch die Wache. Als ob. Krimiob. Halt, stopp. Als ob. Spaltkopf. Schaltkopf. Hast du die Größe vom Kinderzimmer gesehen? Hast du mal die Größe gesehen? Hast du mir die Anzahl von Spielsachen gesehen? Okay, dann müssen wir wieder machen. Als ob jeden Fall ein bisschen dunkel. Karl, trau. Es sind einmal in der Wochgewicht. Und mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Ich denke, wir haben keine Items. Hier runterspringen, 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 runterspringen. Vertraut mir. Warum? Vertraut mir. Bist du? Bist du? Dann wäre mir gespawnt. Nein, doch. Da war noch nicht. Da, Wunder. Da. 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 Ich bin der kleine Whistleblower. Oh ja. 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 recht war nichts oder erster ist sogar ich bin klein bist du gar nicht wo wohl die woher das kann man nicht gewollt recht 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 ich hätte vergessen das nicht nur und dann hat man die Tür Kamera drauf leuchten ja man braucht die leuchten wir haben Das ist so kalt. Boah. Ich habe mich dabei. Alter, morgen Fickwurzel. Fickwurzel? Warte, warte, warte. Rechts. Siehst du? Jetzt rechts. Hä? Hä? Ich bin weg. WTF? Nein. Nein. Keine Ahnung. Egal wie. Wir haben diese Helfer gekackt. Oh. Oh. Okay. Mushi Fuss. Okay, okay, okay. Oh Gott. Diggearm. Oh Gott. Bald nicht. Also mit mir. Fickwurzel. Ich hab' die Lampen halten. Dies weg. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Fick doch meine Arme. Oh, Fick mich Anna. Der linkste Stern. Ich kann nicht kommen. Ich will nicht kommen. Ah, King Burrus. Bestimmt irgendwas da gesagt. Mit Sternen hab' ich. Okay. Zwei verpasst, aber egal. Ja. Ja. Prämio. Warte. Warte. Das geht nochmal hoch. Ich komm dran. Hey. Oh. Leute. Ich wollt nichts mehr. Sterns vorbei. Sterns vorbei. Warte doch. Ich sag warte. Chill. Das geht nochmal hoch. Wööö. Alle laufen. Ich bin da dran geworfen worden. Ey. Ich war der erste losglaublich. Ich hab' mir dran geworfen. Er hat mich dran geworfen. Er hat mich dagegen gebrochen. Er hat mich dagegen gebrochen. Super Mario. Was sei dagegen gebrochen. Er hat mich dagegen gebrochen. Er hat mich dagegen gebrochen. Er hat mich voll beschwert, dass ich den schweren sollte. Ab in Berlin. Was sei die Idee. Ja. Ich habe mich gut geg Mira haben. Ich habe mich dagegen gebrochen. Aber alle sind halt genau gekommen. Ja仍 hast dich dagegen gebrochen. Ich hätte 20.000 gegeben. Ich hab ja leider noch 100 infectiert. Zielfahren was seine Idee. Sehr schwer. K bleiben. Was sie die Idee. Auf die Schulter nehmen was sie die Idee. Sie die Idee. Sie sagen massein hier idee. Okay. Hey. Das geht. Es geht. Most lang. Er geht davon ja vor. Was? Noch lange etwas sinken. Sollen wir in die�lar noch reinosieren? Nee, nee, nee. Was machen wir ja im letzten Part. Nur 16 Minuten? Ja, Standardzeit. Du weißt, dass wir gesoffen haben vorher? Nee, ich trau das. Komm, wie die Woche. Der Part läuft nicht nach meinem Plan, aber okay. Ja, dann dunst mal rein, was da? Halnummern. In die Woche wollte ich weiter. Ja, ja, komm. Soll ich? Ja, mach. Es war deine Idee. Ah, was, du Arzt? Ja, was, Digga. Zehn Sterne? Trilliarden. Krallen raus im Grenzenhaus. Und wahrscheinlich laufen sie mich einfach nicht rein. Ja, ich gehe einfach rein, nur weil ihr macht auch nicht das Wolle. Wir haben auch hier. Was, das? Einfach hier warten. Nein, wir müssen jetzt reingehen. Dann geht's los. Wir müssen einfach hier. Wir werden den Falle erfassen. Nein, wir gehen jetzt da rein. Wenn wir sterben, dann nehmen wir es. Ihr weißt das. Wieso? Ja, schau wieder. Ich hab die Katze. Dank wem. Keiner sagt, jawoll, Gula. Ich hab die Katze nicht mehr richtig. Jawoll, Gula. Du bist der Beste. Ich hab nicht mal die Katze. Jawoll. Dann warte doch, du Arsch. Nein, geht doch alle rein. Ich hab nicht mal die Katze. Ist doch scheißegal. Jawoll, Daniel. Super gemacht. Du bist der Beste. Ja, ich hab nicht für die Katze. Komm weiter. Ja, weil ich vorhin der Beste war. Geil. Aber ich kann es ja für die Beste werden. Ich bin im Block. Ich hab nicht die Katze. Hier kam Konzentration. Konzentration. Wo? Katze. Alles gut, hab sie. Ich habe nicht die Katze. Nein, 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 nein. Hart, hart, wieso? Alter, ist die Katze gehabt? Okay, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Daniel ist ein bisschen verwirrt, aber ich mach mir noch zu. Keine weg. Mal stopp, danke. Kann man das machen? Man könnte. Glauben die Krone. Ja, die Krone wieder. Okay, nicht reingehen. Okay, dann will ich sagen. Jetzt müssen wir alles wieder machen. Oh Gott. Oh Gott. Wissen wir sowieso? Ja, danke, dass Daniel dabei war. Ach, was kann ich nicht decken. Und? Danke, dass Beikel dabei war. Und ich werde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao, ciao. Das würde ich nicht sagen. Ich würde es aber sagen.